Was ich ganz gut finde, ist, dass man, wenn man miteinander telefoniert, dass man den anderen sehen kann. Ich finde es eine gute Größe, was auch gut ist hier mit der Tastatur, dass du es gleich anstecken kannst. Das finde ich auch ganz praktisch. Was sind die Vorteile? Es ist sehr komfortabel. Da kann man sehr viele Funktionen ausführen damit. Es ist klein für die Verhältnisse und es ist super zum Transport auch. Es ist eine gelungene Sache für Reisen und für uns ist es natürlich sehr praktisch. Das ist ein schönes Spielzeug. Ja, genau. Kennen Sie Justin Bieber? Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.